Hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Tracture Tutorial auf dem Kanal des Twigclans. Heute Episode 14, der Claymore Cancel. Also fangen wir direkt gleich an. Ist nicht viel zu tun. Ihr könnt euch sicherlich jetzt gerade selber schon erschließen, was ihr tun müsst. Weil das ist ziemlich eindeutig. Ja, also ab der Fisch dafür. So, ähm, natürlich mal wieder klar. Sekundärwaffe ist egal. Eure Primärwaffe, Sniper, okay. Damit können wir leben. Und natürlich die Claymore als Ausrüstung. So, was ihr tun müsst, ihr müsst die Claymore mit RB ziehen. Und dieses könnt ihr canceln, beziehungsweise zu deutsch unterbrechen, indem ihr einfach nur Y drückt. Wenn ihr die schnell macht, sieht das ungefähr dann so aus. Und dann könnt ihr natürlich jegliche Trickshot-Art-Kombinationen, was auch immer, damit kombinieren. Sieht ziemlich nice aus. Hier mein Kollege Twig Toshi, der dieses Mal den Trickshot wieder für uns ausgeführt hat. Mit einem Variable, wer diesen erkennen konnte. Und genau dieser wird auch unser nächster Trickshot sein. Also, bleibt dran. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.